Hallo, heute spielen wir Super Mario Maker und mein Freund hat es mir ausgeborgt, weil er hat es sich ja schon zurückgekämpft und jetzt hat mein Papa was gebaut und es schaut schon ziemlich schwer aus und ich muss es auch mal probieren. Pilz, Pilz. Da kommt mir ein super Mario durch. Komm schon, ich muss da auf. Na geht ja. Komm schon. Nein. Boah. Schade, Marmelade. Da muss, das muss man kennen, mein Papa baut es nämlich echt schwer. Ich stelle, ich sammle mal die Münzen an. Boah, was war das? Böser Krupa. Na, ich mach gleich da weiter. Komm, 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 was kommt denn da noch? Genau. Huh. Zum Glück kenne ich meinen Papa und weiß so ungefähr wie er es machen wird. noch nicht ganz genau. Ich muss das immer wieder da probieren. oder sollte ich lieber gleich am Anfang wieder starten. Das ist die Entscheidung von meinem Papa. Ha. Schnell weiter da. Tschüss Kamek. Kamek. Wisst ihr, dass Kamek zuerst Magi Cooper geheißen hat? Das ist viel komisch, aber das stimmt. Kamek. Kamek. Magi Cooper. Das hat sich viel unglaubwürdig an, oder? Genau. Da oben brauche ich schon gar nicht gehen. Weil ich wie mein Papa kenne, muss ich da nochmal aufhören. Jetzt bin ich da oben gefahren. Äh, ich weiß wie. Und da, gescheite Stampfattacke. Geschafft. Okay, aber das war jetzt irgendwie fies, oder? Ich habe immer da, wo ich gestorben bin, weiter da. Und wo ist dort eigentlich der Anfang? Das schaut ja so einfach aus. Da da und so ganz durch. Da auf den Gomba. Da auf die. Das schaut dann schon wieder schwer aus. Das schaut dann wieder leicht aus. Da da. Bis da. Da da auch noch alles. Aber er hat es echt gut gebaut. Zum Beispiel. Da hätte keiner so richtig gewusst, ob es da jetzt wirklich noch einen freien Block gibt. Das war, das hätte keiner herausfinden können. Ich probier aber auch einmal unten. Wie gesagt. Probier alles. Das sieht es. Siehst? Okay. Unten ist es halt schwerer. Sofern steht es schon mal fest. Aber er hat es auch fair gebaut. Fair und schwer gleichzeitig. Also, schwer. Gibt es das Wort? Das schafft man ja nicht, dass man da durchkommt. Außer man blinkt. Juhu. Okay. Das war jetzt geschummelt. Apropos. Das Video hat mir irgendwie viel zu kurz gedauert. Gut. Was? Im nächsten Video werde ich für meinen Papa etwas bauen. und zwar in einer Festungswirt. Danke fürs Zuschauen. Wenn es Super Mario und Meckel euch gefällt, gebt es einen Daumen hoch und abonniert ihn. La Maxi und Co. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Das ist alles. Das ist alles.